Die meisten Menschen wollen nicht verkaufen und deswegen machen sie lieber Marketing. Das klingt fancy, bringt aber alleine nichts. Immer wieder kommen Kunden, die als Coaches, Beraterin oder Dienstleister tätig sind, auf mich zu und fragen mich, was sie denn noch tun könnten, um Neukunden zu gewinnen. Sie würden doch schon täglich auf Social Media posten und teure Werbeanzeigen schalten. Interessenten würden zwar auf das Angebot aufmerksam, aber schließen dann immer noch zu wenige ab. Also mit anderen Worten, sie sind zwar endlich sichtbar und Kunden, die zeigen auch Interesse am Angebot, nehmen es dann aber schlussendlich doch nicht an, was ziemlich frustrierend sein kann und ja, auch eine Menge Geld kostet. Das ist im Prinzip so, als würdest du deinen Laden jeden Tag aufschließen. Es kommen dauernd Kunden rein, aber sie wärmen sich da nur auf, kostet nur Geld. In diesem Beitrag beschäftigen wir uns damit, was Marketing, also Social Media und Werbeanzeigen ist und was Verkauf bedeutet. Und auch mit der Frage, was von beidem vielleicht sogar wichtiger ist. Wer als Selbstständiger oder Unternehmer Produkte oder eine Dienstleistung verkaufen will, der muss sich zwangsläufig damit beschäftigen, wie er mit seinem Angebot sichtbar wird und auch wie er diese Sichtbarkeit in Umsatz verwandelt. Denn nur sichtbar zu sein, das bringt einem vielleicht Interessenten, aber noch keinesfalls zahlende Kunden. Und da Verkaufen immer noch einen schlechten Ruf genießt, versuchen sich viele Anbieter im Coaching-Bereich mit Dienstleistungen im Marketing-Bereich zu positionieren. Denn Marketing, das klingt einfach fancy, das ist nicht so negativ belastet, en vogue und aktuell so ziemlich beliebt. Und so tappen viele gerade kreativ Dienstleistungen in die Marketing-Falle. Sie lassen sich von Versprechungen locken, dass ein gutes Marketing allein schon für Neukunden und Nachfrage sorgt. Und ja, das mag bis zu einem gewissen Punkt sogar stimmen, denn wenn mein Produkt oder meine Dienstleistung im Niedrigpreissegment angesiedelt ist, kostet vielleicht 50 Euro, 100, 200 oder vielleicht auch 500 Euro, dann kaufen Kunden das Produkt bei relativ kleinem Bekanntheitsgrad auch nur aufgrund der Marketing-Maßnahmen, wie zum Beispiel einer toll klingenden Werbeanzeige. Doch es gibt noch weitere positive Beispiele für ein sehr gutes Marketing. Ist Marketing so gut mit Vertrauen aufgeladen, dann kaufen Kunden auch hochpreisige Produkte, wie zum Beispiel eine Rolex, ohne vorherige Beratung. Die wissen einfach, was eine Rolex kann. Oder vielleicht kaufen sie sich auch einen Tesla, der lässt sich online leicht bestellen und auch bezahlen. Und vertraut man einem Anbieter, ja, dann kauft man vielleicht sogar Kunstwerke in Millionenhöhe, zum Beispiel bei Sotheby's, eine Auktion am Telefon. Baut man sein Unternehmen aber gerade erst auf und verfügt vielleicht noch nicht über ein millionenschweres Marketing-Budget und auch den dazugehörigen Trust, wird es eher schwer, ein Produkt für vielleicht 3.000 Euro, 5.000 Euro oder vielleicht auch 10.000 Euro online und ohne vorheriges Verkaufsgespräch zu verkaufen. Ausnahmen bestätigen Regel, doch darauf zu bauen, das wäre wohl eher naiv und daher nicht ratsam. Also wenn du Coachings verkaufst oder eine Dienstleistung und die kostet meinetwegen 3.000 oder 5.000 Euro oder vielleicht auch 10.000 Euro, dann kommt irgendwann der Punkt, an dem dein Kunde mit dir sprechen möchte. Marketing, das ist enorm wichtig und auch unerlässlich für jedes Unternehmen. Das baut ja nicht nur Sichtbarkeit, sondern auch Vertrauen auf. Doch was ist eigentlich der Unterschied zwischen Marketing und Verkauf bzw. Vertrieb? Marketing sorgt also im Wesentlichen dafür, dass potenzielle Neukunden auf dich und dein Angebot aufmerksam werden. Marketing-Maßnahmen sind daher Werkzeuge, die dein Unternehmen verwenden kann, um dein Marketing-Ziel zu erreichen. Und dazu gehört unter anderem, dass du Werbung schaltest, zum Beispiel in Zeitungen, Zeitschriften, Online-Medien, andere Kanäle, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf dein Unternehmen oder deine Produkte oder deine Dienstleistung zu lenken. Dass du Online-Marketing betreibst und zum Beispiel Suchmaschinen-Optimierung oder Suchmaschinen-Werbung, soziale Medien, also Social-Media-Kampagnen schaltest oder E-Mail-Marketing machst, um online sichtbar zu werden. Oder Verkaufsförderung, da kannst du zum Beispiel Angebote machen, Rabatte, Verkaufsveranstaltungen, um deinen Absatz eben von Produkten oder deiner Dienstleistung zu steigern. Public Relations, ja das heißt, du schreibst Pressemitteilungen, du machst Veranstaltungen, du kannst deinen örtlichen Fußballverein zum Beispiel sponsern, damit die öffentliche Wahrnehmung auf dein Produkt oder deine Dienstleistung gelenkt wird. Und natürlich auch kannst du direktes Marketing machen, Direct-Marketing. Und das ist zum Beispiel Telefon-Marketing oder auch Door-to-Door, je nachdem welchen Bereich du tätig bist. Auch das kannst du tun, damit du mit potenziellen Kunden in Kontakt treten kannst. Alles das ist Marketing. Und es ist wichtig, dass jedes Unternehmen, egal ob du selbstständig als Coach, Berater oder Dienstleister tätig bist oder vielleicht sogar eine große Agentur hast, eine Kombination aus den gerade genannten Maßnahmen in den gesamten Marketingprozess mit einfließen lässt. Verkauf hingegen, das ist ein unverzichtbarer Teil in deinem Unternehmen, unabhängig von der Größe, Branche oder von deinem Produktangebot. Denn du musst ja im Prinzip das, was dein Marketing gerade begonnen hat, auch zu Ende führen. Und dafür brauchst du entweder ein gutes Verkaufsteam oder du machst das selber. Und es ist wichtig, dass du als Unternehmen alle Verkaufsstrategien, die es gibt, kennst und die für dich beste und die zu deiner Zielgruppe am besten passende in dein Produktangebot mit aufnimmst. Aber jetzt, was ist denn wichtiger? Marketing oder Verkauf? Ich glaube, wir können es kurz machen. Also machen wir unentschieden. Denn ich denke, beides hat seine Daseinsberechtigung und beides ist extrem wichtig für dein Unternehmen. Denn Marketing sorgt dafür, dass du Menschen auf dich und dein Angebot aufmerksam machst. Und Verkauf sorgt dafür, dass du das, was du im Marketing getan hast, in wahres Geld verwandelst. Deswegen, beides geht nicht ohne einander oder vielleicht schon, aber extrem schwierig. Und du solltest auf jeden Fall darauf achten, wenn du dich damit beschäftigst, dir ein Coaching zu buchen, dass du dann sagst, okay, beinhaltet ein Marketing-Coaching auch Verkauf oder beinhaltet ein Verkaufstraining auch Marketing? Denn nochmal, beides gehört zusammen. Und wenn du nur eine von beiden Sachen machst, dann hast du entweder ein Produkt, das sich allein durch Marketing gut verkaufen lässt oder aber du hast ein paar Millionen auf dem Konto, wo du sagst, es ist mir egal, was das kostet. Ich investiere einfach in Werbeanzeigen so lange, bis Kunden von alleine mein Produkt kaufen. Denn du wirst ansonsten nicht um eins von beiden herumkommen. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann vereinbare gerne ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir. In meinem Coaching Secrets of Sale zeige ich dir sowohl, wie Marketing funktioniert, wie du Leute auf dich aufmerksam machst und auch, wie du diese Aufmerksamkeit, diese Sichtbarkeit, die du gerade gewonnen hast, dann in Umsatz verwandelst. Und nicht nur das, sondern auch zufriedene Kunden am Ende des Tages generierst. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Bis bald, dein Uwe. Das war Secrets of Sale, der Podcast von Uwe Bote. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann folge und bewerte uns sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.